jetzt vom neuen jungler ist man ich kenne den halt gar nicht und so wie ich das gehört ob es auch denn der unerfahrenste lang verstrichen des teams aber bisher macht einen guten job also hat diesmal keine real gekriegt hat maokai gekriegt und ich bin ja auch allen positionen outperformed ist man meine